so guten morgen zusammen ihr wisst ihr neuer tag ein neuer shop ihr seht auch schon im hintergrund das event steht schon kurz vor der tür ich weiß ganz ehrlich ich weiß gar nicht mehr genau wann es ist wenn es ein aber gerade gewirklich weiß dann schreibt mal bitte in die kommentare wann dieses live event noch mal sein soll weil ich bin irgendwie komplett raus was das betrifft so sagen geben auch direkt rein ist einiges drin einmal gilt herrenpaket bestehend aus dem echo skin dem rücken access war hängekleider sternnachflug mit der lackierung die habe ich sogar und netzfässer jetzt weiß ich nur nicht wie bei euch die preise sind bei mir kostet das ganze 1100 liegt aber daran dass ich die pickaxe schon habt und den kleider schon habt von daher achtet da bitte drauf dass ihr was für einen preis ihr da habt weil ihr werdet definitiv einen anderen haben als ich und denkt dran wenn ihr euch was kauft gern natürlich yt und unterstrich family hack nicht vergessen und in dem sinne würde ich sagen machen wir einfach mal weiter und vergesst nicht ein like oder ein abo da zu lassen nur kleine erinnerung dann ist die valkyrie wieder zurück auch ein schöner skin immer noch es ist einfach ein schöner skin mit passendem rücken access war dann die frostschwinge aber die kleider sind riesig ich weiß das von dem feuer drachen und dem skelett drachen sind einfach riesig dann haben wir flucht wieder zurück auch ein schöner skin wie ich finde ein bisschen riesig dann fürstliches zepter dann vertex auch wieder zurück natürlich auch mit passendem rücken accessor dann rasier schnittig dann den vorreiter der kleider soll anscheinend irgendwie verbuggt gewesen sein aber jetzt funktioniert wieder so das war das dann wollen sie wieder drin ihr wisst ja copyright dann haben wir sandstorm wieder zurück schmieter dann das entleben dann die chrono auch ein schöner content streifen eigentlich so mit der schönste finde ich das hat man schon dann ist des weiteren safari drin natürlich auch mit passendem rücken accessor auch hier einmal mit kopfbedeckung einmal ohne ohne sonnenbrille mit sonnenbrille das rücken accessor passt natürlich perfekt zu dem skin so sieht wirklich schön aus dann haben wir bad mit drin auch ein wunderschöner skin kappa dann schrullig der flow dann ein rücken accessor ist das alles rücken accessor das soll das sein pickaxe das ja pickaxe also das hier ist eine pickaxe dann einmal das eis als rücken accessor und die pizza als rücken accessor als als paket 1000 wie wachs naja wer es braucht bisschen teuer aber dann klappe die 14 und den skin hatten wir ebenfalls schon nicht da ich hoffe es heute wieder ein bisschen größer ausgefallen dann haben wir nachtleben wieder mit drin und dann die partysiegerin party diva party star kosma ist auch schön als gegen so den habe ich ja kaputt strahlendes messer heute ist wieder viel drin nachtlicht wieder mit drin dann light show dj bob auch wieder drin so was haben wir noch jetzt haben wir noch jetzt haben wir noch wieder zurück leuchtflug auch schöner kleider disco party wenn etwa abkommt dann leuchtstäbe disco fieber praktens so und dann der leuchten das hat man schon also jetzt immer so weit durch die sachen kam mir gestern noch mal rein um ein uhr oder wenn das war einmal der bandit halt noch mal grenzläufer die die werden knie klatscher auch copyright achtung dann langhorn das sporenbeil aber wie gesagt ihr habt mir gestern schon drin das komplette paket was sie jetzt hier neu reingebracht haben wieder dann in das strandbomber in der kosmische sommer hatte doch der flamingo der mingo war gestern aber nicht drin meine ich oder ich weiß nicht der skin dann drin der skin war doch drin oder ich weiß ja ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher auf jeden fall sommer legenden paket auch wieder zurück hier 15 99 gut drei skins drei rücken accessoire ja ist okay ist okay so dann natürlich wieder um die anderen pakete starter paket machen schatten paket letzter lacher paket und dann würde ich sagen war es das auch schon wieder mit dem shop ihr habt schon gemerkt ich habe zwar gas gegeben aber trotzdem fünf minuten also heute ist der shop echt wieder ein bisschen größer ausgefallen und in dem sinne erstmal danke für den ganzen support und haut rein